recht herzlich willkommen zu einer neuen folge league of legends mit tristana ja wir sind hier um ein level zu machen mit dem jordel bzw jordels ja es ist schon verdammt lang herne aber wir haben es noch mal gemacht okay wir starten mal hier mit kaufen und dann schauen wir mal weiter so und dann geht's los so wir haben gesagt wir gehen auf die plane obwohl man eigentlich mit tristana wohl auf die bot lane gehen sollte habe ich überall gehört werden sehen wir werden sehen so hoch da schon ein gegner sich positioniert das ist ja auch schön gut die uhr tickt naja das sollte man vielleicht unbedingt tun das war jetzt nicht so die tolle idee aber okay es passiert noch mal dicken und das hat jetzt nicht so gut geklappt ok da kommen lieber sollen das machen wir erstmal ok sehr aggressive spielweise des gegenübers ziehen wir uns mal raten zu stück zurück ja da ist er wieder da dann gleich wieder den tod wahrscheinlich geschlafen so da haben wir den level verschafft ok muss ein bisschen aufpassen mehr wieder nicht ins verderben rennen hier schaffen wir ja immer super gut so einmal da in die lunde gut dann gehen wir mal hier vor das so weit weg schon mal nicht da wird es noch noch weg 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 heilen 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 keps essen ja sonst ein bisschen zurückziehen heilung hat jetzt nicht funktioniert oder ist doch okay also wir müssen zurückziehen der kann sie mir so bringt uns nicht so viel kein mann uns wieder der gegner erwischt ich glaube wir müssen weiter zurück ich habe den getötet ok wir schießen einfach rauf ein bisschen mehr gucken dass wir punkte machen so ein bisschen zurück wir sind in sicherheit kommen wir sammeln schon mal punkte so diesmal jetzt ein bisschen voran das schreibt man irgendwie noch nicht so ganz nicht so raus jetzt haben wir es geschafft das versterben nicht so eine tolle idee gewesen aber jetzt können wir was kaufen schauen wir mal das brauchen wir nicht das verkaufen war jetzt habe ich es gekauft das war jetzt nicht so eine tolle idee nochmal verkaufen und angriff schaden so und dann immer hier noch zwei von mit na gut und dann geht es hierhin kommen wir erscheinen mal hier ist besser so so und weg 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 war nicht so eine tolle idee da rein zu springen aber naja haben wir schon zwei harte gegner naja ich werde nicht gut ein bisschen aufpassen da kommt wahrscheinlich unten rum könnte ich mir gut vorstellen ja gut geklappt ja 336 da brauchen wir gar nicht was machen glaube das klappt nicht ja ich finde noch mal gucken aber ich glaube das war jetzt nix nee das war klar ja durch nee lass mal gut sein das gucken dass wir hier mal hinkommen so wo sind wir denn da jetzt mal ein bisschen vorsichtiger agieren ja ich muss nur in die richtige Richtung gehen ja 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 ich獲 Mate so jetzt haben wir den anderen noch das ist und den sollten wir dann mal ausprobieren gleich irgendwie stehen wir gerade wieder im feuer mal zurück ist nicht die beste idee hier zu bleiben ja wieder eines gekriegt hier der kollege ist bestimmt schon 20 mal gestorben oder so und ich dann wieder mit nun ist klar nicht hinterher auch gut das hat gut geklappt so jetzt geht es mal ein bisschen voran jetzt kommen wir das erste mal ein turm an das war nix das war nix der tod aber gut geklappt naja dafür kriegen wir den jetzt dazu 32 nicht so viel aber wenn wir schon hinkriegen noch die religion gekauft wunderbar und so kommen wir gleich zum bruch Ciao. Das war jetzt wieder nichts, ne? Schwach, ganz schwach. Ich werde nicht warten! Die Uhr zeigt's? Wo geht's rum? Hallo, Bios! Nein, verbündeter wird er getötet, ja. Die beiden sind ziemlich gut, ne? Ich weiß gar nicht, was der Kollege da immer macht, ne? Ja, und das war's wieder. Er hat sich da schön versteckt und ich hab wieder geschlafen. Aber ich weiß auch nicht, wo der Kollege da ist, der hat so nicht wirklich das drauf, ne? Ach, 200, okay. Ja, und der nächste Strom ist auch noch wieder hier dran, ne? Brauchen wir auch nicht drüber reden, ne? Ja. Jetzt sind wir unterwegs. Okay, der ist kaputt, aber er hat's auch wieder nicht geschafft. Ja, das klappt wieder nicht, ne? War klar. Ja, da rennen wir gerade ins Verderben. Ist halt so, ne? Ist halt so, ne? Irgendwie läuft's nicht, ne? 800 Punkte, wir haben 600, das ist gleich nix. Einfach mehr Basalen kaputt machen, aber momentan sieht das so schlecht aus. Das sieht so schlecht aus. Ist grad so ruhig hier, ne? Ja, da brauchen wir auch nix machen. Da ist wieder der Gegner. Und wieder gehen. Und wieder gehen. Ja. Ach, Alter! Halt euch! Wie ist er herkommen, gibt's noch Männer? Platzier! Hatsuchen, Pfannchen! Häää! Ja, super, da geht wenigstens noch was vor und auf der anderen Seite. Tja, und ich kann schon wieder gehen, ne? Boah. Ja, das war's wieder. Ich habe ja den Keks zu spät gegessen. Ja. So, die drei haben wir. Das nächste ist 625. Schaffen wir noch nicht, aber bald. Aber wir sind einfach zu schlecht, ne? Das ist wieder klar. Nein, Gegner ist nicht aufzuhalten, genau. Wir sind einfach zu schlecht. Das Spiel ist nur zu verlieren in dem Sinne, ne? Was willst du machen? Irgendwie klappt das nicht so richtig heute, ne? Nein, ich bin ein Tug am Kaputt. Weg da. So, weiter geht's. Und weg hier. Ein Verbündete wurde wieder getötet. Da haben wir wieder keine Chance, können wir wieder gehen. Das ist einfach nicht machbar, ne? Hey, irgendwie haben wir da keine Schnitte. Ah, das sieht echt mager aus hier. Ah, das war wieder nix. Der ist einfach übermächtig momentan, ne? Wo sind wir denn wieder dritten? Mittendrin, ey. Ah. Ja, jetzt muss man so richtig Aufbein verlieren, ne? Tja. Jetzt kriegen wir hier wieder einen auf die Nase. Das klappt einfach nicht hier, ne? Ja. Ja, das war's schon wieder, ne? Erledigt. Ja. 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 Ja, die sind sich einigen wir nicht, das ist das Problem, ne? Da brauchen wir auch gar nicht groß kämpfen. Das kannst du nur verlieren. Ja, hier ballert er immer rein. Wir haben nichts, aber auch gar nichts erreicht. Wir sind wirklich ärmlich dran hier. Ja. Bleiben wir da stehen, dann wird das auch nix mehr, ne? Kurze Energie aufladen hier. Wir kriegen es nicht hin. Wir lassen uns hin mal einigen. Die haben die Flucht-Anhalt im Wasser rausgekriege, tut mir wohl die Fluchtluge der MücksBEich. Wir haben das heißen. Zwischen halber sind die Fluchtluge. Und da war's so viel in die Fluchtluge. Die Fluchtluge ist richtig drauf. Nichts Nägel. Wir haben die Fluchtluge. Wie hast du die Fluchtluge? Und dass das sind nicht besser. Wir haben die Fluchtluge in die Fluchtluge. Und da hilft dann. Die Fluchtluge. Oh, die Fluchtluge. Okay, wir haben noch mal einen erwischt, aber neun Niederlagen, das ist schlecht, ganz schlecht. Beziehungsweise neunmal gestorben. Niederlagen nicht nur neunmal gestorben. Vier haben wir jetzt zwar geschafft, aber gut ist was besseres. So, Stiefel an und los geht's, oder was? Schnellfeuerbeschütz. Angriffstempo. Ja, geht nur so, ne? Wir sind ziemlich zurückgedrängt, ne? Anders kann man das nicht nennen. Und wir sind gleich wieder tot. Ja, schade, ne? Das war nix, gar nix. 30 Sekunden Ruhepause. Die haben wir uns verdient. Mann, 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 Mann. Jo. Wir sind so schlecht. Ja, das war's wieder, ne? Das war noch mal 11. Schade drum. Das wird nix mehr, leider. So, und jetzt geht's hier in 9, und dann war's das, ne? Nochmal, ich glaube nicht, dass wir das vorher noch mal erleben. Wir werden keine Chance haben. Können den Gegner nicht zurückschlagen, nix. So schlecht. Ja, der Gegner ist nicht aufzuhalten. Genau so ist es. Wie sieht's denn aus mit dem Gegner? So. Und wir sind schon wieder kaputt. Die sind einfach übermächtig. Aber die haben mehr Vasallen kaputt gemacht, deswegen sind die so stark. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, das war's dann schon, ne? Ja, der Inhibitor, der bringt uns jetzt auch nicht mehr weiter, ne? Tja, zwölf Sekunden. Hm, wir haben noch die Chance, wiederzukommen, glaube ich. Ich hätte eben schon gedacht, dass wir uns kaputt machen. Oh, da ist der nächste Turm dran, ne? Ja. Tja. Und da sind wir auch tot. Kein Problem, ne? So, jetzt war's das wahrscheinlich. Gegnerische Super-Seine erscheinen. Sind die nicht schon eben erschienen? Komisch. Ah, okay. Jetzt waren wir gerade wieder etwas besser. Aber hier, da ist er. So, und jetzt geht's rund. Keine Chance. Ja, hier, zack, weg ist er. Jetzt geht's rund. Und das war's. Ja, schade drum, ne? Ja, dann würde ich sagen, schlechtes Spiel, aber was will man machen? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.